Herzlich willkommen, Jürgen Mayer hier. Ich möchte Ihnen was zeigen und erläutern zu dem Thema Power BI, Visio und L. Ich hoffe, Sie sehen meinen Screen. Ist ein bisschen interessant jetzt, weil das Feedback fehlt hier, aber ich denke, nur falls über den Chat oder über das Handzeichen heben, kann man sich ja hier dann doch auch verständigen. Also, kurz zu mir. Ja, Jürgen Mayer, das Bild ist ein bisschen älter, noch aus meinen alten Tagen. Ich bin jetzt 55. Ich habe lange Erfahrung in der internationalen Automobilindustrie. War tätig in der Entwicklung, Key Account Management, Project Controlling, Project Management. Project Management ist eigentlich mein großer Hintergrund. Und ich habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, bin seitdem tätig als Berater, Trainer, Analyst, Datenanalyst, habe meine eigene kleine Firma, die Injuma, also das Ingenieurbüro Jürgen Mayer. Ich bin Partner im Bereich, Microsoft Partner im Bereich Power BI, obwohl ich eine relativ kleine Firma bin, aber ich habe trotzdem den Partnerstatus. Und ja, ich bin auch Mitglied und aktiv in den Power BI-Usergruppen in München, Stuttgart und Zürich. Sie sehen es an meiner E-Mail-Adresse, die ich unten eingeblendet habe, .ch. Ich wohne aktuell in der Schweiz. Ich komme eigentlich aus Ulm, habe in Berlin studiert, lange in München und im süddeutschen Raum gearbeitet, war lange auch in den USA. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt hier in der Schweiz, die jetzt erst seit gestern auch abgeschlossen ist. Und ja, aber Internet funktioniert. Das ist das Wichtigste hier erstmal für den Vortrag auch. Die Folien stelle ich zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich auch jederzeit hier kontaktieren. Und bin da gerne bereit, auf sonstige Informationen dann weiterzugeben. Die Motivation hier, warum R und warum Visio in Power BI. Power BI ist ja so eigentlich schon recht mächtig. Es gibt viele Visualisierungen, viele Add-ins und so weiter, die man hier noch mit einbauen kann. Und ich kann das nachher auch noch in den Beispielen nochmal zeigen, wie ich selber da draufgekommen bin und warum. R selber ist ja eine sehr mächtige Ergänzung zu Power BI. Es ist eine Standardsprache für statistische Berechnungen und Grafiken. Prinzip Re-Ware, die meisten Sachen sind umsonst verfügbar. Und es gibt unglaublich viel Bibliotheken, Module, die man hier verwenden kann, die man einbinden kann. Alternativ kann ich auch von vornherein sagen, wäre auch natürlich Python möglich. Nur, ich habe mich hier mal auf R spezialisiert oder in den Fokus auf R gesetzt. Und Python bin ich auch nicht so bewandert. Microsoft Visio ist wahrscheinlich auch bekannt. Das ist eine, hier aus der offiziellen Formulierung, eine Diagrammlösung, die eine umfangreiche Bibliothek integrierter und externer Shapes, Formen- und Datenverbindungsmöglichkeiten und Kommunikationstool bietet. Das heißt, ich habe eigentlich im Visio, ja, diese Möglichkeit, diese Shapes, diese Grafiken, entweder vordefiniert zu verwenden oder eigene zu verwenden. Und ich kann eben diese Daten und Shapes, oder ich kann eben diese Shapes auch mit den Daten dann verbinden und hier eine Interaktion dann darstellen. Das zeige ich dann aber eben noch mal in den Beispielen. Gut, fangen wir an mit R. Ich habe für die, die dann die Präsentation haben, ich habe die Links auch hier mal mit reinkopiert, wo die entsprechende Information herkommt. Für R ist es wichtig, dass Sie also R zuerst auf Ihrer lokalen Maschine installieren. Da gibt es entsprechende Bibliotheken, das ist der erste Link. Ich springe jetzt mal hier hin auf, da sehen Sie das auch. Hier. Microsoft hat das sehr gut eigentlich dokumentiert. Das sind diese auf der Microsoft-Seite, wo man erstmal R installieren muss. Und das Interessante hierzu ist, dass Microsoft, das ist der zweite Link, hier ein komplettes Paket anbietet zum Herunterladen, 64-Bit-only. Aber hier in diesem Paket ist eigentlich alles mit beinhaltet, macht es relativ einfach von der Installation und dadurch haben Sie dann dieses R-Paket mit ein paar Microsoft-Features verbunden, bei Ihnen auf dem System installiert. Das ist dann der... Sie sehen, da kommt nachher noch einiges. Das ist also der erste Schritt. Sie sehen das dann später auch in der Desktop-Version, hier Detected R Home Directories, wo ist also was installiert. Als zweiter Schritt ist notwendig oder empfohlen, dass Sie ein IDE installieren. Und ich habe das hier schon gemacht. Also mit dem R-Studio ist eben auch ein Link hier zur Verfügung gestellt von Microsoft, wo dieses R-Studio heruntergeladen werden kann und dann eben installiert werden kann. Der Hintergrund hier ist, dass im Power BI gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Ganze dann zum Editieren oder diese R-Skripte zu editieren und zu verwalten. Es ist aber nicht so mächtig. Und deswegen die Empfehlung eben mit dem R-Studio, dass Sie das verwenden und hier dann auch eben viel mehr Optionen haben. Ja. Das R-Studio selber ist eine eigenständige Applikation. Ich habe das hier mal bereits aufgemacht. Sie sehen das, also hier gibt es dann die Konsolen-Fenster, die verschiedenen Environment-Fenster, File-Fenster, wo Sie die Daten dann live sehen, was da passiert. Ich zeige es Ihnen dann gleich nochmal in dem Beispiel. Wenn man das jetzt soweit durchgeführt hat, haben wir eigentlich quasi die Vorbereitung erledigt. Die Vorbereitung ist durchgeführt. Wir haben R installiert. Wir haben R-Studio installiert. Und jetzt gehen wir mal in ein Beispiel rein, wie Sie R praktisch verwenden können. Ich habe hier, also ich bin als Berater, Analyst, Support in Firmen tätig. Ich denke mal, das Konzept des Self-Service funktioniert nicht immer. Deswegen brauchen die Firmen, die Mitarbeiter manchmal vielleicht etwas Hilfe, wo ich dann eben ins Spiel komme. Und ein Punkt, was wir öfter sehen, ist das Problem der Time, also ein Zeitfenster abzuspeichern, ein Snapshot quasi von den Daten abzuspeichern. Also ich habe Zugriff zu verschiedenen Systemen, die aber nur aktuelle Daten zeigen und ich kann keine Historie hier erzeugen. Und dazu jetzt ein kleines Beispiel, wie ein Skript, R-Skript in Power BI eingebunden werden kann. Und zwar, Sie gehen rein in External Data, Edit Queries. Also Sie gehen in den M-Querie-Bereich. Sie wählen die entsprechende Abfrage aus und geben dann das R-Skript ein. Das Fenster sieht dann so aus. Und hier in dieses Textfenster, das sich dann öffnet, können Sie dann Copy und Paste ein entsprechendes R-Skript mit einbinden. Copy und Paste ist eben auch ein Vorteil hier, den ich hier sehe mit dem R. Die Sachen sind ja alle reine Textdateien. Sie können also die Sachen dann aus anderen Modulen herauskopieren oder von anderen Leuten die Bibliotheken verwenden und einfach Copy und Paste hier einfügen. Und ich gehe jetzt hier mal ein bisschen ins Detail. Ich zeige Ihnen das aber auch gleich nochmal eben praktisch auch im Power BI. Das ist der Auszug aus dem M-Querie, also aus dem Skript im M-Querie. Hier oben noch eine Zeitfunktion, wo ich das aktuelle Datum erfasse. Ich habe hier einen Pfeilnamen. Und an den Pfeilnamen hänge ich hinten das Datum ran. Das heißt, ich habe dadurch eigentlich dann ein Pfeil mit dem aktuellen Datum. Sie können das noch ergänzen mit der Uhrzeit runter bis auf die Sekunden, wenn es sein muss. Und hier unten dann ist hier das eigentliche R-Skript. Das R-Skript selber ist eigentlich nur hier dieses Write.csv. Das heißt, es ist eine Write-Funktion, die mir einen Datensatz als CSV-File abspeichert. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, noch schickere Sachen. Sie können auch Text abspeichern, Sie können Excel abspeichern. Sie können verschiedene Parameter reingeben. Aber hier ist eigentlich das eigentliche R-Skript. Und das Interessante ist hier, oder der Trick hier noch dabei ist, Sie übergeben einen Parameter, also dieses My-File, in dieses R-Skript. Und Sie müssen das also nur machen mit diesen, ja, doppelten Anführungszeichen. In dem Fall sind es sogar drei, weil ja mein Fall auch wieder ein Text ist. Und dann wird das verknüpft. Dann ganz normal Output. Und Sie haben das Skript fertig. Jetzt zeige ich Ihnen das kurz. Genau, nach dem Editieren kommt noch eine Vielzahl an Abfragen zur Sicherheit. Also, ob Sie auch wirklich dieses Skript laufen lassen wollen, ob die Bibliotheken in Ordnung sind. Das sind einfach Sicherheitsabfragen, weil Sie mit diesen R-Skripts doch auch ziemlich in die Tiefe in Ihrem System reingehen können. Deswegen diese Meldung. Und, genau, gehen wir mal ins Power BI. Ich habe hier, also das alles schon vorbereitet, weil es manchmal ein bisschen länger dauert, die Sachen zum Integrieren. Und, ich gehe also hier oben in Edit Queries. Ich habe hier meine... Ich hoffe, Sie sehen das so. Ich habe hier meine Queries. Das sind verschiedene Input-Files. Und, wenn Sie jetzt hier oben schauen, in der obersten Zeile, hier oben haben Sie dieses, was ich erwähnt habe, unter Transform, haben Sie Skripts und Run R-Skripts. Und hier ist auch parallel, was ich erwähnte, Python möglich. Sie können also auch Python-Skripts einbinden, wenn Sie hier mächtiger sind. Wenn man hier jetzt reingeht, gehe in den Advanced Editor und Sie sehen, das ist ein ganz normaler Input. Die Tabellen werden transferiert. Das ist ein Input aus dem Projektmanagement-System. Und hier ist dieser Code, den ich erwähnt habe, also was ich hier auch reingekopiert habe, White CSV ist das eigentliche R-Skript. Und dann entsprechend durchlaufen. Ich führe es jetzt mal beispielshaft, mache ich nur das Fenster auf. Wenn ich eben hier Run R-Skript anklicke, geht hier dieses Fenster auf. Und was ich auch in der Präsentation kurz gezeigt habe. Wichtig ist, dass in dem File oder in dem Parameter, Entschuldigung, Dataset sind die Daten. Also das ist die Referenz, die Sie dann in dem R verwenden können, um auf Ihre Daten zugreifen zu können. Und wenn man sich das nochmal anschaut, hier, Sie sehen, das File selber heißt eigentlich bis hierhin Input. Ich habe aber hier, hier ist der Transfer, hier ist Input und Dataset. Und Dataset ist eben R-spezifisch. Das heißt, das ist das Dataset, das Sie hier verwenden können. Sie können hier auch ganz komplexere Files verwenden. Zum Beispiel zum Bereinigen von Ihren Daten. Wenn Sie Lücken in Daten drin haben, die dann automatisch ergänzt werden. Das ist teilweise recht mächtige zusätzliche Funktionen. Dann, wenn ich jetzt das hier durchführe. Mal close and apply. Und dann Refresh. Probe, wie es funktioniert. Mal der Vorführer-Effekt. Genau, das jetzt hier, was Sie sehen, ist eine von diesen Parametern. Und es ist einfach nochmal eine Sicherheitsabfrage, ob das in Ordnung ist. Sie klicken das durch. Ich läd mir jetzt alles ein. Sie sehen jetzt eigentlich nicht viel, was da eigentlich so passiert. Der Punkt ist aber, das ist ein recht mächtiges Pfeil, das ist durchgelaufen. Und ich bin hier im falschen Ordner. Ich muss in den R-Demo-Ordner gehen. Und Sie sehen, ich habe hier, ich gebe das mal in die Mitte, Bildschirm. Ich habe hier ein Data-File erzeugt, 17.03.2020, 11.17 Uhr. Also das ist das aktuelle File. Das ist jetzt in dem Fall ein CSV-File. Das heißt, ich habe jetzt hier quasi eine Kopie erzeugt von dem File, das ich einlese, das ich verwende. Und für mich einfach der Vorteil ist, ich habe jetzt hier einen Stand, 17.03. Ich habe das gestern getestet. Sie sehen, das ist ein Stand auch vom 16.03. da. Also eine Möglichkeit, zum Beispiel so History-Files zu generieren und diesen Stand dann auch abzuspeichern. Gut. Dann, ich weiß nicht, Fragen, glaube ich, soweit keine. Ich sehe jetzt hier mal nichts. Ich mache einfach mal weiter. Der zweite Punkt, wie Sie Error natürlich verwenden können, ist in den Visuals. Ich muss hier wieder zurückspringen. Auf die Visuals. Es gibt also die Möglichkeit, eigene Grafiken, eigene Visuals hier zu definieren mit R. So bin ich eigentlich auch in diese Thematik reingekommen. Und zwar liegt das, es ist auch bereits fix eingebaut im Vergleich zum Visio, was Sie später noch sehen. R ist bereits hier integriert bei den Visualisierungen, auch wieder zusammen mit Python. Und wie Sie das einfach durchführen können, ist, dass Sie also dieses Visual quasi Copy und Paste erst in Ihr Desktop reinschieben und dann dementsprechend bearbeiten. Sehr kurz. Ich habe hier noch einen 45 Kilo Berner-Senn-Hund, der gerade ein bisschen hungrig wird. Aber das wird schon gut gehen. Also, Sie schieben das Visual rüber. Sie fügen die Daten ein. Sie geben die R-Formeln dann eben vielleicht in Power BI ein oder Sie transferieren das in Ihr IDE, also hier zum Beispiel dann in das R-Studio. Wenn Sie diese, zeige ich Ihnen das aber auch gleich, wenn Sie diesen Skript-Editor aufrufen im Power BI, dann sehen Sie das wie hier, diese Meldung. Und hier sehen Sie eben auch wieder Dataset hält diese Informationen, die Sie übergeben haben. Der DataFrame, das ist der Datenrahmen, der verwendet wird. Und Sie sehen hier innen drin, diese Variablen, sind Variablen von mir. Die habe ich also hier verwendet. Duration Phase Week Optimized, soll das hier heißen. Gate Name und hier, Sie sehen, das kommt aus dem Projektmanagement alles. Und die Sachen sind aber dann eben in diesem Dataset verfügbar. Kleiner Praxistipp. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Ich habe festgestellt, am Anfang hatte ich Probleme mit manchen Skripten und das Problem war der Underscore, der Underline. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, sicherheitshalber alles mit Underline zu definieren, in den DAX zum Beispiel. Und dadurch ist sichergestellt, dass das auch wirklich als eine Variable übernommen wird. Es gibt Möglichkeiten im R, das ja zu kompensieren. Da kann man wieder eine andere Bibliothek verwenden. Einfach auf sicher gehen und also Underscores verwenden. Nicht wie ich jetzt hier keine Underscores habe. Im Beispiel sehen Sie das aber. Gut. Gehen wir mal nochmal in die Demo. Ich bin jetzt hier im Desktop und ich habe rechts, ich habe hier meine Datenfelder, meine Visualisierung. Ich habe hier bereits rübergezogen, wie gesagt. Ich habe das bereits vorher aufgebaut. Das ist ein Auszug aus einem größeren Bericht. Und zwar ist das jetzt hier Projektmanagement bezogen. Ich habe Phasen, manche kennen das ja wahrscheinlich, ich habe verschiedene Gates, Meilensteine. Und die Frage war, oder das Thema hier ist, wie lange sind denn diese Projektphasen in Abhängigkeit vom Jahr, vielleicht auch in Abhängigkeit vom Firmenbereich und Abhängigkeit vom Kunden. Und ein Wunsch war vom Kunde, hier ein Balkendiagramm zu bekommen, wo ich die Gates aufsummiert habe. Das heißt, ich habe hier 2020 alle Dauern der Phasen und der Kunde wollte um die gesamte Summe, also diese Summe dieser Balken. Wenn Sie im Internet ein bisschen rumsuchen, das ist ein Thema. Das ist also flyerhaft, warum es nicht als Standardlösung irgendwo implementiert wurde. Und es gibt eine Möglichkeit, Sie überlagen da Grafiken oder Sie machen eine Liniengrafik noch mit dazu und blenden die Linie aus. Und ich dachte mir aber, es muss ja irgendwie einfacher gehen oder anders gehen, dass ich das Variable habe. Das heißt, das ist ein R-Skript. Ich klicke mal drauf. Dann sehen Sie auch, wie das dann aufgebaut ist. Relativ simpel eigentlich jetzt in dem Beispiel. Das heißt, unten geht dieses Editierfenster auf. Ich habe zwei zusätzliche Libraries noch mit eingebunden. Das sind eigentlich die, die ich am meisten verwende. Dieses GG-Plot und das, die, weiß ich mal, wie man es ausspricht, DPL, YR, zum Beschriften. Und dadurch habe ich eigentlich hier die Möglichkeit, also recht mächtig, hier zum Beispiel ein gestapeltes Biden-Chart zu erzeugen. Und dann noch die Formatierung entsprechend zu anzupassen, zu ändern. Das können Sie auch standardmäßig ablegen als Bibliothek, dieses Siem. Sie können auch die Farben natürlich so anpassen, dass die zum Rest vom Power BI passen. Aber hier also jetzt mit diesem relativ kleinen Skript habe ich es also geschafft, die Gesamtsumme der Balken oben mit darzustellen. Ich glaube, wie ich in der Zeit liege. Ich gebe ein bisschen Gas. Das hier ist also das Normale im Power BI, die Möglichkeit zum Editieren. Sie sehen das hier. Wenn ich hier draufgehe, ran Skript, dann läuft das hoch und wird aktualisiert. Ich habe keine Änderung, deswegen passiert jetzt auch nichts. Wenn ich hier draufgehe, auf Edit Skript in External IDE, springt das System automatisch ins R-Skript. Ich habe hier das Skript, was ich bereits definiert habe, wird übertragen und ich habe auch den Datensatz hier übertragen. Und ich kann das jetzt hier eigentlich im R-Skript durchtesten. Sie sehen unten läuft es dann durch. Okay, ich habe jetzt hier einen Fehler irgendwo, wahrscheinlich wieder irgendwie ein Underline vergessen. würde dann hier die Grafik erscheinen und ich kann aber dann das hier eben Copy und Paste machen und hier wieder mit ganz einfach reinfügen und habe dann das Skript hier mit drin. Anderes Beispiel, etwas komplexer, vielleicht auch in der Darstellung etwas umfangreicher. Es dauert auch, Sie sehen es etwas im Aufbau. Das ist mit ein Nachteil, die Skripte laufen, hängt ein bisschen von der Maschine ab, dauert etwas. Und das ist jetzt hier vielleicht nicht so die klassische Visualisierung, also nicht so schnell, lässt sich nicht so schnell erschließen. Aber ich war eben hier mit dem Kunde dran. Wir wollten herausfinden, wie laufen diese Projekte, wie laufen die Gates, wie laufen, wie lange dauert was, wie wird was verschoben. Sie sehen, das ist Automotive und wir haben also Bereiche Airbags, Seed-Belt, Steering-Wheels, das Ganze sind Whisker-Plots. Wir wollten aber wissen, ist das Ganze homogen, gibt es Ausreißer, wie ist die Verteilung in diesen Projekt-Towern. Und auch das hier wiederum, ich klicke mal drauf, relativ simpel eigentlich. Der Clou hier ist dieses Facet-Grid, wo diese Darstellungen eben aufsummiert werden, auf- oder verteilt werden. Und ich habe dann eben hier eine Gruppierung nach Jahr über die Gates und dann in dem Diagramm noch mit drin über die Produktlinien. Also Sie sehen es, wo ist ein gutes, hier zum Beispiel das Gate A6, das ist das hier, über die drei Produktlinien. Ich sehe, okay, die sind, ich habe hier ja im mittleren Bereich, Seed-Belt ist relativ eng, die anderen sind hoch. Ich sehe aber auch zum Beispiel hier diese Punkte, das sind Ausreißer. Und da kann ich dann jetzt drauf, reingehen in die Daten und nochmal prüfen, was hier eigentlich passiert ist. Genauso das hier, da habe ich eine Überprüfung bezüglich Korrelation, gibt es zwischen den verschiedenen Werten der Korrelation. Und, muss ich kurz überlegen, was ich hier noch drin habe, das lädt. Genau, das hier ist nochmal ein Beispiel, auch eben mit diesem Whisker-Platz, wo Sie die Interaktion dann aber auch sehen. Wir haben das jetzt hier auch mal selektiert nach dem Kunden. Und Sie sehen in dem Filter, die Sie ja hier dann auch verwenden können für die Visualisierung, also ganz normal wie bei anderen Charts, haben wir hier einen Filter gesetzt, wo die Projektdauer über vier Jahre ist. Und woran liegt das? Wir haben hier einen Themenbereich, der ist nicht sauber definiert, also irgendwo ein Datenfehler. Wir haben keine Produktlinien, wir haben keinen Kunden. Und Sie sehen halt interessanterweise, wie eigentlich auch zu erwarten, BMW, Daimler und General Motors Projekte laufen in dem Fall jetzt hier relativ lang. Und das sehen Sie dann eben auch in so einer Distribution mit drin. Der Vorteil, oder was jetzt auch gut geht, das sind jetzt hier ja normale Tabellen. Und es besteht die Interaktion zwischen dem Rest von Power BI in diese R-Skripte hinein. Das heißt, ich habe jetzt hier nur den Produktbereich ausgewählt und sehe dann hier das Detail. Und ich sehe jetzt hier auch zum Beispiel Ausreißer. Da kann ich mir eben anschauen, kann ich die eben anschauen, auswählen. Der Nachteil jetzt im Moment in dem Setup, wie ich es habe, ist, dass ich keine Interaktion aus den Skripten in den Rest von Power BI habe. Also es ist quasi ein One-Way von Power BI in R, aber ich habe im Moment nicht eine Interaktion von R wieder zurück. Also ich kann hier jetzt nicht den Punkt anklicken und hätte dann den Rest der Daten dementsprechend gefiltert. Es ist möglich, Sie müssen aber die Diagramme dann nochmal wandeln. Sie müssen die ganzen Datensätze dann, oder die Diagrammdaten quasi als HTML haben. Und dann geht das auch mit der Interaktion. Da kommt dann vielleicht später nochmal ein Vortrag dazu, ein Beispiel dazu. Ja. Also zusammenfassend Vorteil, es sind sehr viele spezielle Darstellungen hier verfügbar. Also Sie können auch Heatmaps abrufen. Es sind sehr viele Bibliotheken verfügbar. Sie sehen das dann auch in den Links, die in der Präsentation da drin sind. Und Sie können diese Visuals eben anpassen. Also Beschriftung, Formen, was Sie natürlich in anderen Customized Visuals auch können. Aber hier eben mit diesen Formeln geht es doch meistens relativ einfach. Der Nachteil, Standortausführung wie erwähnt, es gibt keine Interaktion. Wieder zurück. Manchmal laufen die Skripte ein bisschen langsam. Und Sie müssen halt R auf der lokalen Maschine installieren. Online oder in der Power-Version geht es. Sie greifen da auf die Azure R-Bibliotheken zurück. Und da können Sie dann sehr interessante Sachen auch machen, indem Sie halt zum Beispiel die Azure R-Funktion dann auch verwenden, mit einbauen und dementsprechend tiefer gehende Analysen machen. Also zum Beispiel jetzt hier, man könnte eine Korrelationsanalyse machen zwischen den Kunden, den Phasendauern und so weiter. Okay. Nicht so weit. Mal gut. Kürze. Kürze. Okay. Nun. Visio. Noch eine Viertelstunde. Passt. Auch wieder hier der Link von Microsoft, wo das Ganze beschrieben wurde. Das ist auch geöffnet. Hier, das ist die Beschreibung von Microsoft. Also ich finde diese ganze, ja, diese Docs-Bibliotheken sehr, sehr hilfreich. Die werden auch immer wieder aktualisiert und sind also recht umfangreich. Und ich finde hier also meistens Antworten zu Themenbereichen oder Fragen, die aufkommen. Ich habe quasi diesen Ablauf mal kurz dann auch umgesetzt, dass Sie sehen, wie das geht. Das heißt, was Sie eigentlich dazu benötigen, ist natürlich Visio und Sie müssen die, das Diagramm, komme ich nachher auch dazu, auf dem SharePoint ablegen. Und zwar auf einem Business-SharePoint. Also es funktioniert nicht, wenn Sie das Diagramm lokal speichern auf dem Desktop oder auf dem lokalen Server-Bereich, sondern es muss in einem SharePoint-Bereich liegen. Bei mir liegt es jetzt zum Beispiel in einem OneDrive-Business-Ordner. Und also Sie erzeugen quasi das Diagramm in Visio, legen das entsprechend ab. In Power BI müssen Sie das Visio Visual installieren. Das ist nicht standardmäßig integriert. Sie fügen den Link, den Sie hier oben haben, zu, fügen die Daten hinzu und, sage ich mal, Wasser dazu und dann fertig. Beispiel, das muss ich hier erspringen. Das ist das erste File. Das ist auch dieses Beispiel-File von Microsoft. Vorteil im Visio, ganz klar, Sie können diese Abläufe relativ leicht zeichnen, verketten. Und Sie müssen jetzt, wichtig ist, dass Sie diese Diagramme, dass Sie die eindeutig, oder diese Shapes, dass Sie die eindeutig kennzeichnen. Also hier jetzt in dem Beispiel Prozess A, Prozess B, Prozess C oder in dem anderen File von Microsoft hier, das ist das da. Das ist das Original-Beispiel-File von Microsoft. Ein bisschen anderer Ablauf. Das geht hier um, ich denke, eine Marketing-Strategie, Sales-Calls und so weiter. Aber der Vorteil eben, wie Sie sehen, Sie können hier relativ leicht dann die Sache erweitern, Grafiken machen und auch hier wiederum entscheidend, Sie brauchen diesen eindeutigen ID-Wert, also diesen Identifier, wie Sie es ja aus einer Datenbank heraus kennen. Sie könnten dieses Diagramm oder auch das andere Diagramm, das ich gezeigt habe, auch direkt aus dem Excel-File automatisch erzeugen lassen. Das ist auch möglich. Und dann hätten Sie, also die, quasi, dann sparen Sie sich die Tipparbeit, dass Sie die Sachen hier also nochmal eintippen und dann auch aufpassen müssen, dass Sie die gleichen Bezeichnungen verwenden. Also, Diagramm ist erzeugt. Ich habe meine Identifier hier mit drin. Ich habe das Diagramm abgelegt. Sie sehen es, ich habe es hier. Das ist ein OneDrive-Bereich und den habe ich auch hier. Jetzt bin ich in meinem OneDrive-Bereich oben. Da ist der Link zu der Grafik. Den müssen Sie sich kopieren. Also, Sie müssen in die Grafik rein oder in das Visio-Diagramm rein den Link kopieren. Und dann gehen Sie ins Visio, laden hier rechts unter Import vom AppSource oder wenn Sie es schon runtergeladen haben, Import vom File. laden Sie sich das Visio herunter. Hier ist das Visio-Visio und fügen dann den Link ein. Ich habe es jetzt hier schon mal vorbereitet. Ich mache es nochmal ganz kurz, aber zur Demo. Das ist quasi, Sie fügen, Sie fügen das Visio ein. Sieht so aus. Dann machen wir die, hier habe ich auch die PNN. Fügen die ID hinzu. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Schritt. Das heißt, ID, das ist hier mein Datensatz. ID ist der eindeutige Identifier. Und das sind eigentlich diese Namen, die Sie vorher auch gesehen haben. Ich gehe nochmal hier rein, kopiere den Link. Gehe ins Visio. Gebe den kompletten Link hier ein. Und dann dauert es ein bisschen verbunden. und ich habe das Diagramm jetzt hier im Power BI. Was ich dann mache, springe ich wieder zurück auf das Beispiel von Microsoft. Das heißt, ich habe hier, Sie haben es vorher gesehen, das ist das Beispielsfile von Microsoft. Ich gehe in das Diagramm rein. Größeres. Seht dann einfach mehr. Und ich habe hier rechts das Feld Field Mapping. Und ich ziehe hier aus meinen Daten, aus meinen Feldern die entsprechenden Werte, die ich noch mit sehen will, hinein. Ich kann die zum Beispiel wechseln zwischen Text. Ich reingehe Text oder Farbe. Und kann das natürlich dementsprechend formatieren. Schön ist diese Conditional Formatting-Funktion hier unten, wo Sie diese Farben dann auswählen können. Und wenn ich fertig bin, ist alles gut. Ich gehe wieder zurück. Ich habe hier unten meine Daten, mit denen ich ja dieses Visual verknüpft habe. Und jetzt eben das Schöne, jetzt ich schaue mir hier meine Daten an. Marketing Bound ist hier mit der höchste Wert. Wo ist denn das eigentlich oben in diesem Ablauf? Ich klicke mal drauf und es springt mir automatisch dahin. Das heißt, ich habe also eine automatische Fokussierung hier. Ich habe eine Farbskalierung entsprechend den Werten, also ein Conditional Formatting der Farbwerte und kann hier also auch zum Beispiel hier, auch wenn ich den Wert nicht dargestellt habe, er ist ja verknüpft mit diesem Visual, trotzdem hier das dementsprechend auswerten. Jetzt ist das ein, ich sage mal so, Marketing Schema mit den Calls. Ich habe das jetzt noch mal kurz gemacht mit einem BPN Business Process Modeling Notification Ablauf ganz, ganz kurz. Ich komme ja aus der ERP-Welt, Produktionswelt. Das heißt, entsprechend hier, ich habe Daten aus dem Werk 1, Prozess A, B und C, Stückzahl, Plan, Soll, Ist und Ausschusszahlen und habe die hier dann also auch dementsprechend verknüpft. Nochmal im Field Mapping, Sie sehen das, wie ich es groß mache, hier dann auch ein Conditional Formatting für den Ausschuss, also für die Script-Zahlen, Ausschusszahlen, grün, rot, in der Mitte und hier eben dann auch wieder der Punkt, mit dem darauf fokussieren und das jetzt wie gesagt ein ganz kurzes Beispiel, eben mit dieser Business Process Modeling Notification, können Sie natürlich sehr mächtig machen, mit Verzweigungen und so weiter und eben auch, Sie könnten dieses BPM-Diagramm bereits im Visio aus diesen Daten erzeugen. Also hier ist der Identifier und ähnlich wie Sie ja so zum Beispiel ein Flowchart oder so was im Visio aus dem Excel erzeugen könnten, können Sie das hier auch dementsprechend erzeugen. Sie könnten dann auch diese Visualisierung hier, diese Shapes, die sind jetzt recht simpel, da könnten Sie natürlich auch sich etwas gehen lassen, Design-technisch sage ich jetzt mal und hier noch weitere Funktionen mit einblenden und andere Charts hier mit verwenden. Gut, gehe ich nochmal zurück zu meiner Präsentation, ob ich die Punkte soweit dann hier durchgehabt. Die Demo haben wir, ja, es gibt hier eine Einschränkung Visio, also was mir hier aufgefallen ist, das heißt, diese eben, das Diagramm muss auf dem SharePoint liegen, geht nicht mit einer lokalen Version. Die maximale Anzahl an Shapes, die ist begrenzt, in der Text steht zwar drin 1000, ich habe ein anderes Projekt, da merke ich schon bei 250 wird das ein bisschen eng, aber es ist natürlich auch viel, ich habe also 250 Shapes in einem so einem Diagramm drin, was schon viel ist und da ist die Empfehlung eben diese Layer oder diesen Hash Layer zu verwenden, das heißt, der ist nicht mehr interaktiv und die anderen Sachen oder die anderen Grafiken sind eben die aktiven. Sie haben manchmal auch zum Beispiel einen Hintergrund, wie zum Beispiel einen Floorplan oder einen Lagerplan, den Sie jetzt hier mit einbinden könnten und der einfach dahinter liegt, aber das wäre dann so ein Hash Layer, der nicht nicht interaktiv bearbeitet wird und ja, Tipps mit dem Auto-Zoom können Sie einen ausschalten in dem Visual, das heißt, das ist der Punkt, wo Sie automatisch auf das, wenn Sie jetzt unten was selektieren, automatisch den Zoom in dem Diagramm haben, wenn Sie den nicht möchten, können Sie den hier mit der Funktion Auto-Zoom abschalten und hier noch ein Punkt, wo ich am Anfang ein bisschen gestauchelt bin, wenn Sie Ihre Werte in das Visual hineinziehen, müssen die eine Funktion haben, also eine Berechnungsart haben, wenn Sie die Daten auf Don't Summonize haben, was bei mir wahrscheinlich am Anfang mal eine Default-Einstellung war, dann passiert nichts, dann haben Sie keine Interaktion. Entschuldigung, ist eine Möglichkeit, die Interaktion noch abzustellen, aber ich habe mich halt gewundert, warum geht nichts und das war hier mit der Grund. Ja, drei Minuten vor der Zeit, ich gehe noch mal kurz zurück ins Video-Temo, da gehe ich noch mal die Punkte, wo ich gerade kurz angesprochen habe, also ich habe das Visual ausgewählt, hier rechts in den Einstellungen ist eben diese Outdoor-Zoom-Funktion und in den Daten hier, Sie sehen, ich habe die Werte hier verwendet, da ist eben diese Berechnung auf Sum gestellt, dass es aufsummiert wird. Wenn ich Don't Summonize mache, Stückzahl Plan, dann habe ich hier, müsste ich jetzt haben, ich muss das glaube ich aktualisieren, dann hätte ich da keine Interaktion. Es ist manchmal, ist mir auch aufgefallen, das ist ja alles noch im Demo-Modus, wenn Sie hier eingehen, Moment, ja, Entschuldigung, hier im Field-Mapping, Field-Mapping oben sind auch noch mal weitere Funktionen, können Sie das Diagramm aktualisieren, Sie können auch den Link ändern, wenn Sie jetzt das woanders abspeichern, oder Sie können eben zurück und sehen das Diagramm dann in der Online-Version. Ich habe manchmal gemerkt, manchmal hängt es vielleicht, und deswegen jetzt fällt auch der Punkt hier mit den Daten, wo es dann einfach besser ist, ich fange nochmal von vorne an, ja, also das heißt, ich kopiere das Diagramm neu rein und setze mir die Werte nochmal, weil ich jetzt allzu viel verändert habe, ich denke, das liegt irgendwo an der Kette, wie das Diagramm dann aufgebaut wird, oder wie die Verbindungen sind, aber wie gesagt, das ist jetzt hier auch nochmal eigentlich ein relativ wichtiges Feld, beim Field-Mapping oben, diese Funktion. Gut, dann, Jürgen, ich glaube, du hast noch Fragen in der Section, genau, wenn wir jetzt zur Diskussion kommen. Okay, sehe ich die, Moment, muss ich was gucken, ob ich die sehe. Unten ist so ein kleiner Balken, da steht Fragen. Achso, siehst du die gar nicht? Ich glaube, du bist in der anderen Ansicht, aber ich lese mal die Fragen vor, dann machen wir das doch einfach mal interaktiv. Und zwar hatten wir hier, Moment, ich mache mal kurz mein Fenster ein bisschen größer, sonst kann ich das nicht lesen. Vom Richard Paffenholz haben wir Wie schaffen Sie es RStudio aus Power BI heraus zu starten? Ich kann die IDE nicht in den Einstellungen hinterlegen. Oh, ja, das ist, da müssen wir jetzt reingehen, warum das nicht geht. Also, ich habe jetzt hier bei mir, wenn Sie auch schauen, in den Optionen Settings, Options, da ist bei der Installation eigentlich eigentlich hier sehen Sie R Scripting und da ist dieses R, also das ist die R Bibliothek hier oben und das ist das IDE. Also, bei mir funktioniert das. Ich würde vielleicht empfehlen, in dem Link, wie es Microsoft beschrieben hat, dann nochmal durchzugehen, wo es da vielleicht Probleme geben könnte. Ich hatte bislang keine Probleme. Also, ich habe es auf drei Rechnern installiert, auf einem zweimal, um es durchzutesten und es lief. Also, Sie sehen, es müsste funktionieren, wenn Sie es hier eben sehen, in diesen Options im Scripting. Ich hoffe, die Frage konnte beantwortet werden. Gerne sonst nochmal bei den Fragen. Vielleicht auch nochmal direkt kontaktieren, hinterher, wo wir das vielleicht eins zu eins durchgehen können, kann ich gerne hilflich sein. Genau, dann die nächste Frage. Ist eine Filterung der Daten in der Tabelle auch über Auswahl der Grafik möglich? Nein, also im R, ich denke, das geht leider nicht, das ist der Punkt, wo ich meinte, Sie können im Moment keine Interaktion machen von der R-Grafik in den Rest der Daten. Also das ist im Moment eine Einbahnstraße. Wie gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, die ein bisschen komplexer dann ist, diese Interaktion herzustellen. Viele von den Grafiken, von diesen zusätzlichen Grafiken im Power BI sind eigentlich R-Skripte, die dann auch so aufgebohrt wurden. Ich verwende es eigentlich dann, wie Sie auch gesehen haben, in den Darstellungen mehr wirklich, wenn ich was suche, also statistisch da irgendwo reingehe oder irgendeinen Daten Zusammenhang feststellen möchte. Ich habe meistens parallel noch Tabellen laufen, wo ich dann eigentlich sehe, was ist denn der Wert. Also wie vorher, wo Sie das gesehen haben, Projektlaufzeit, wo ich dann sehe, Ausreißer sind über fünf Jahre und da gehe ich in die andere Tabelle und gucken wir an, welche Dinger sind über fünf. Das ist ein bisschen der Nachteil, aber Sie können eben die Sachen auch relativ schnell modifizieren. Okay, dann haben wir noch eine Frage, R oder Python, welche der beiden Sprachen würden Sie aufgrund welcher Punkte empfehlen? Ziel wären Visuals für die Veröffentlichung im Web. Ja, also Sie können das R auch verwenden, das hängt glaube ich ein bisschen davon ab, wo Sie herkommen, also was ist Ihr Hintergrund? Das R ist meiner Meinung nach, ich bin aber da kein Experte, möchte mich auch nicht da jetzt irgendwo in ein Fettnäpfchen treten, R ist mehr klassisch wissenschaftlich, statistisch, also ich kenne R schon relativ lange mit den diesen Skriptfunktionen und Python ist mehr ja auch Web Analysen, andere Datenbereiche vielleicht ja Zugriff auf Web Daten, die Sie da etwas anders verwenden können. Im Prinzip kommen Sie aber immer aufs Gleiche, also es sind ja Werkzeuge, im Endeffekt kommen Sie mit beiden eigentlich auf das Ergebnis, aber ich würde es davon abhängig machen, was Sie besser kennen und vielleicht auch in Ihrer Umgebung wo die Leute vielleicht eher damit vertraut sind. Also wenn Sie jetzt der Einzige sind, der Python verwendet und Sie haben ein Büro mit lauter Airfreaks dann ja aber bin da eigentlich neutral, aber für modernere Webzugriffe würde ich Python dann verwenden. R mehr für wirklich Datenanalysen, Deep Dive in die Daten rein mit R. Ja, ich glaube das ist auch ein bisschen so Geschmackssache manchmal. Ja, ja, also wir haben auch noch die Antwort auf die Filterfunktion war gewesen, ich meinte speziell die Visio-Grafik, aber das hatten wir glaube ich eben ja dann schon. Visio geht, also wenn Sie auch im Visio, gehen wir mal hier raus, wenn Sie gerne mal zeigen sonst. Genau, also ich habe den Schirm noch auf, es ist eben ein Vorteil, das Visio Visual ist ein Microsoft Visual, da ist die Interaktion da, also ich gehe hier auf Prozess C, unten die Daten sind gefiltert nur mit Prozess C. Ich springe hier auf B, dementsprechend, also das funktioniert, wenn Sie Visio verwenden, dann haben Sie diese Interaktion in beide Richtungen. Gut, ja, hier steht auch vielen Dank, also ich denke die Frage wurde beantwortet, wenn wir noch Fragen haben, gerne noch reinschmeißen, ich habe gerade von unserem nächsten Speaker gehört, der kann leider nicht aufgrund von, ja, wir wissen es wahrscheinlich alle, da er in der Infrastruktur von seinem Unternehmen arbeitet, muss er schnellstmöglich was fixen, dementsprechend fällt unsere Mittagspause etwas länger aus, sprich, wir fangen dann um 14 Uhr mit dem nächsten Vortrag an, mit dem Georg, der uns ein bisschen was über Gateways erzählt, auch ein super spannendes Thema, ja, wie gesagt, wenn jetzt noch Fragen sind, gerne nochmal in die Fragen-Sektion nochmal reinschreiben, ich würde sagen, wir warten noch kurz ein, zwei Minuten, wenn keine Fragen kommen, freue ich mich alle wieder um 14 Uhr begrüßen zu dürfen und ja, dann warten wir noch kurz und genau, der Rest darf gerne schon Essen fassen gehen. Also ein Punkt, was ich noch sagen könnte, du hast es ja auch angesprochen mit dem Flow, es gibt ja auch die interessante Möglichkeit, also diese Flow-Prozesse im Visio zu machen, ja, also sie können BPMN verwenden und haben dann da eine Interaktion zum Flow, das heißt, da haben sie wirklich dann die Verbindung zwischen den ganzen Power-App-Funktionen, ja, also sie können den Ablauf im Visio darstellen, planen und exportieren das dann in die Power-Apps und vielleicht auch in Power BI. Gut, ich würde sagen, wir haben keine Fragen mehr hier, dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann um 14 Uhr wieder und ja, hoffe, dass alle wieder dabei sind. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Jo, Mahlzeit. Tschüss, Servus.